Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 6 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Die heutige Aufgabe besteht darin, wir bekommen einen relativ langen String zugeworfen aus Jumble, aus zusammengeworfenen Buchstaben, Charactern. Und wir sollen von links nach rechts gelesen, das erste Vorkommen von vier aufeinanderfolgenden Buchstaben identifizieren, bei denen alle beteiligten Buchstaben eindeutig sind. Was ich hier zum Beispiel gerade markiert habe, würde das nicht erfüllen, weil Q am Anfang und am Ende, also zweimal auftaucht, überhaupt auch, also der allererste auch, da haben wir J und J. J, gehen wir eins weiter, dann bleibt es bei J und J, gehen wir noch eins weiter, dann ist jetzt das Problem Q und gehen wir noch eins weiter, J, P, Q, M. Das ist also hier ab dem vierten Zeichen gibt es vier Zeichen und das heißt mit dem siebten Zeichen ist diese vierer Folge zu Ende. Und diese sieben, das ist was Gesuchtes, das ist jetzt hier am Beispiel, aber auch bei unserem eigenen Input. Hier unten gibt es jetzt auch noch ein paar mehr Beispiele. Die man dann auch als Testfelder anziehen kann, aber komplizierter als das wird es nicht. Und dann Part 2, kann man einem Abwasch gleich mit diskutieren. Der zweite Teil ist exakt wie der erste Teil. Beim ersten Teil ging es darum, vier aufeinanderfolgende Buchstaben zu identifizieren. Beim zweiten Teil geht es darum, 14 aufeinanderfolgende eindeutige Buchstaben zu identifizieren. Und das war's. Na ja, gucken wir da mal schnell rein. Hier ist mein Input, der ist lang. Ich habe wie immer meinen Source-Loader. Da haben wir jetzt einmal das Beispiel, aber hier auch ein zweites Beispiel. Da haben wir, glaube ich, fünf Stück gegeben. Wir haben jetzt zwei gereicht. So, die Antwort im Sinne der ersten Aufgabenstellung ist sieben. Im Sinne der zweiten Aufgabenstellung ist 19. Für das zweite Beispiel ist 25 und hier lese ich meinen Input ein. Und das führt uns dann auch schon zu Part 1. Genau, hier passiert das Gleiche wie eh und je. Okay, aber so, in Part 1, was passiert? Ich nehme mir mein RAW und strippe. Das Strippen hier an der Stelle macht nichts anderes, als das, den Zeilenumbruch am Ende der Zeile wegzunehmen, wenn da einer ist. Ich behalte also nur noch die Buchstabenkette übrig. Das ist mein Signal. Warum ich es Signal nenne, das tue ich im Kontext der Adventskalendergeschichte. Ich greife mir die ersten vier Zeichen raus. Sag, okay, das ist jetzt mein Readerhead. Und dann baue ich mir hier so ein Histogramm, das ich jetzt hier aus irgendwelchen Gründen Fingerprint genannt habe. Also, das Histogramm konstruiere ich mit einem Python Dictionary. Sag, ich lege für jeden Buchstaben aus meinem Readerhead, ja, vor Letter in Readerhead, sage ich, äh, ich sage, äh, Fingerprint von diesem Buchstaben ist, der Fingerprint von diesem Buchstaben, falls er schon existiert, äh, äh, gibt er mir einen Wert zurück, da addiere ich eins drauf oder halt null, wenn er noch nicht existiert. Also, ja, das ist hier so eine geschickte Art und Weise in einer Zeile, äh, sicherzustellen, dass ein, ein Wert existiert, bevor ich das erste Mal auslese. Ähm, und dann als nächstes, das ist jetzt ja nur der Readerhead, das sind ja nur die allerersten vier Zeichen. So, wir, wir, ich gehe dann mit einer Vorschleife, ähm, durch, äh, Signal und Signal 4, das heißt, ich lasse mir immer den nächsten Buchstaben, der jetzt neu dazukommt. Und ich will mal einen Buchstaben weitergehen, das heißt, äh, ähm, rechts fällt ein Buchstabe raus, ein, ein Letter droppt und links kommt ein neuer Buchstabe dazu. Ja, so, äh, da gehe ich drüber hinweg. So, was mache ich jetzt? Erstmal kommt hier ein, ein, ein Sanity-Check, wenn ich mich irgendwie verimplementiert habe. Also, dieser Fall dürfte nie auftreten, das ist sozusagen unreachable Code oder unerreichbarer Code, es sei denn, ich hätte mich übelst verimplementiert. Also, das ist sozusagen ein Abfangmechanismus, falls ich einen groben Fehler gemacht habe. So, wenn der Fingerprint, äh, Entschuldigung, wenn der Fingerprint genau 4 ist, höre ich auf. Warum ist das der Fall? So wie dieses Histogramm hier oben konstruiert ist, ähm, ist die Summe aller Einträge immer 4. Die Summe aller Einträge ist immer 4. So, wenn jetzt auch das Histogramm insgesamt die Länge 4 hat, bedeutet das, dass da 4 mal eine 1 drinsteht. Das sind also 4 eindeutige Buchstaben, jeweils mit dem Wert eine 1. Nur wenn ein Buchstabe mehrfach auftaucht, dann stehen 3 oder weniger Einträge in dem Fingerprint und mindestens einer davon hat den Wert 2 oder höher. Ähm, so, also das ist sozusagen die Abbruchbedingung. Sobald der Fingerprint 4 lang ist, dann kann es genau nur 4 Einträge geben. Es muss also 4 eindeutige Buchstaben geben. Die Werte dahinter müssen jeweils exakt 1 sein. Das sind die Annahmen, die sich aus der Konstruktion, der Datenstruktur ergeben. So, und, so, wenn die Abbruchbedingung jetzt aber noch nicht greift, ja, dann wird hier also sozusagen die Propagation. Jetzt muss also, ähm, ach so, den Readerhead, huch, egal, den Readerhead hätte ich gar nicht gebraucht. Huch, upsala, das fällt mir jetzt selber auch erst auf. Na, dann bauen wir es doch mal hier Highlife gleich um, so fällt er so raus. Jetzt ist das Skript sogar noch kürzer, wer hätte es gedacht. Kommt 1.833 raus, das ist die richtige Antwort, da erinnere ich mich sogar noch dran. So, ähm, genau. Jetzt wird also geguckt, der Dropletter, also das, was wir jetzt sozusagen rausnehmen wollen aus dem Histogramm. Da gucken wir jetzt nach, ist der Wert in dem Histogramm größer 1, wenn ja, wird er um 1 dekrementiert, ansonsten fliegt der ganze Eintrag raus. Ja, an der Stelle wird vielleicht mal ein bisschen klarer, was mit der Abbruchbedingung auf sich hat. Ja, ich lasse es nicht zu, dass da mehr als vier Einträge in diesem Histogramm auftauchen können. Ähm, und der neue Letter, der, der, der Buchstabe, der von links kommt, der wird jetzt einfach dem Histogramm draufgerechnet. Und dann sozusagen hier mit der gleichen Zeile, wie auch hier oben, also abermals stelle ich sicher, dass der Eintrag schon existiert. Und wenn er zuvor ursprünglich nicht existiert hatte, dann wird er halt eben mit 0 initialisiert. So, ähm, also diese Vorschleife, die wird entweder durchlaufen, bis das Signal alle ist, oder hier bis die, ähm, bis hier das Break kommt. Das ist übrigens, das ist eigentlich schlecht. Das heißt, wir müssen hier sagen, wenn das Signal alle ist, dann, äh, 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 dann war unsere Suche ja auch gar nicht erfolgreich. Dann ist hier so, so Signal Exhausted, sozusagen. Ähm, ähm, ja, und da wird einfach das, das IDX, sorry, gegeben, das ist ja das, was ultimativ von der Aufgabenstellung gesucht und abgefordert war. Und das ist es. So, und Part 2, tatsächlich jetzt an der Stelle ist es einfacher, Part 2 zu löschen und aus Part 1, äh, Part 2 neu zu bauen, weil die Implementationen, die waren voll identisch. Äh, hier muss man eben nur aufpassen, so, äh, Part 2, Part 2, also hier könnte man durchaus auch die Implementation zusammenlegen, aber ich möchte gerne meine, äh, Struktur aufrecht erhalten, ähm, so, und so weiter. So, hier ist Part 2, so, und wir importieren, genau, Solution, Part 2, Solution, Part 2, so. So, die einzige Änderung, die wir jetzt auch noch ausführen müssen, ist, diese 4 wird eine 14, zum einen, diese 4 wird eine 14, diese 4 wird eine 14, so, das ist eigentlich ganz schlecht, das Deal. noch viel, noch viel besser wäre es, dann machen wir hier lieber so, with, so, ja, so, wenn es with ist, wenn es größer with ist, äh, bam, 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 bam. Jetzt suche ich die 14, und das ist genau der Grund, warum man sowas nicht macht, was ich hier gemacht habe. Äh, also wirklich diese 14 überall händisch eintragen, ähm, ist 14, so. Part 1, Part 4, so, jetzt Part 1 und Part 4 sind wirklich total identisch, so, ein letztes Mal Part 1 ausführen, läuft, Part 2 ausführen, 3425, war auch die richtige Antwort, so, das war es dann mit Türchen Nummer 6, wenig aufregend, dann sehen wir uns wieder beim Türchen Nummer 7, hoffe ich, wenn euch gefällt, was ich hier tue, liked und subscribed, ich habe meinen Kanal nicht monetarisiert, ich verdiene damit kein Geld, aber ich freue mich trotzdem über einen positiven Response und freue mich, wenn die Leute Spaß an meinen Videos haben, also dann, bis die Tage, ciao, ciao.